Man kann Gott und dem Mammon nicht dienen. Jesus Christus warnte seine Jünger davor, sich auf ungerechte Reichtümer einzulassen, aber sie müssen nach reinem Reichtum streben, der Gott verherrlicht. Jesus Christus warnte seine Jünger davor, sich auf ungerechte Reichtümer einzulassen, aber sie müssen nach reinem Reichtum streben, der Gott verherrlicht. Jesus sagte, wer in den geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, und wer in den geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr also dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch dann den wahren Reichtum anvertrauen? Und wenn ihr dem, was einem anderen Menschen gehört, nicht treu wart, wer gibt euch dann euren eigenen Reichtum? Kein Diener kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Du kannst nicht Gott und den Mammon dienen, Lukas 16, 10-13. Lektion, das Streben nach sauberen Reichtümern ist nicht böse. Aber das Streben nach unsauberen Reichtümern ist böse. Daher dürfen Christen nicht auf Kosten der Heiligkeit nach Reichtum streben. Als Kinder Gottes müssen wir unsere Ambitionen überdenken, und wir müssen sicherstellen, dass Gottes Regeln nicht verletzt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass Gott Aufzeichnungen über unsere Aktivitäten führt, und er wird uns in diesem Leben und auch im Himmel gebührend belohnen. Das Gebet, oh mein Gott, ich will reich sein, aber ich will nicht ins Höllenfeuer gehen. Hilf mir, saubere Reichtümer anzustreben, und lass mich dich mit meinen Mitteln ehren. Lass mich meine Reichtümer nutzen, um dir zu dienen und die Bedürfnisse anderer Menschen zu befriedigen. Lass mich nicht bestraft werden, sondern lass mich auch auf Erden und im Himmel gebührend belohnt werden. Denn im Namen Jesu Christe stelle ich meine Bitten. Im Namen Jesu Christe erbitte ich. bis bald und nächste Woche gibt es was Menschen